Heute zeig euch wie man Sauerkraut macht. Sauerkraut ist eines von den wichtigsten Lebensmitteln für unsere Volksgesundheit. Das hat damals auch schon der James Cook gewusst und der hat seine Mannschaften immer Sauerkraut gegeben um das Korbbut zu vermeiden und nicht einer ist krank geworden. Sauerkraut steht an der Spitze von 33 Lebensmitteln, die vom Nationalen Krebsinstitut der USA als beste tumorvorbeugende Nahrung gegen Krebs ermittelt werden konnte. Sauerkraut ist Lebensmittel und probiotisches Nahrungsergänzungsmittel in einem. Sauerkraut ist ein Beißen für den Darm, nimmt die schlechten Säfte und Gase fort, stärkt die Nerven und fördert die Blutbildung. Sauerkraut ist überaus gesund und sollte auch gegen Krebs und gegen leichte Verstopfung eingesetzt werden. Ein herkömmliches Sauerkraut aus dem Geschäft ist eingelegt in minderwertigen Essig und mit schlechten Salz und häufig sogar in Zucker pasteurisiert und erhitzt. Das Sauerkraut, das wir heute in Dosen und Tüten im Geschäft bekommen, ist im wahrsten Sinne tot und total umsonst. Eine neue Studie von finnischen Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass der regelmäßige Genuss vom rohen, natürlichen Sauerkraut entscheidend das Krebsrisiko senkt. Und jetzt zeige ich, wie man Sauerkraut macht. Also man kann sich ein Sauerkraut Hobi besorgen, da kann ich es einreiben oder ich kann es auch schneiden. So, ich habe schon ein bisschen vorbeigepleistet, haben wir es schon eingeschnitten und jetzt ist es wichtig, dass man das Sauerkraut so richtig durchklettert, dass es so oft rauskommt. Und da muss man halt auch sauber arbeiten. So dass die Zellen alle aufgebrochen werden. Das schaut man so aus. So, der nächste Schritt ist, ich brauche ein Gefäß dazu. Das Gefäß natürlich muss ich vorher mit heißem Wasser auswaschen, damit dass da keine Bakterien drin sind. So, was ist jetzt der nächste Schritt? Jetzt kommt das Sauerkraut alles in die Karaffe ein. So, und das gehört so richtig eingestopft, dass das so luftig wie möglich drin ist. Richtig schön strupfen. So. Natürlich kann ich auch noch einen Kümmel dazu tun, wenn ich will. Eher so wie ich es mag. Und das geht es nicht. Und dann wieder richtig stopfen. Das ist richtig schön. Luftdicht alles verschlossen wird. So, wenn das Sauerkraut dann schon schön drin ist, dann nehme ich eine zweiprozentige Salzlösung her. Das heißt also auf Deutsch gesagt, wenn ich ein Kilogramm Sauerkraut habe, ist eine zweiprozentige Salzlösung 20 Gramm Salz für ein Kilogramm Sauerkraut. Und dazu nehme ich immer natürlich ein hochwertiges Salz, ein Himalayasalz. Ein Himalayasalz ist ein hochwertiges Salz und da sind alle 84 Elemente drin, aus denen was der Mensch besteht. Natriumchlorid ist ein minderwertiges Salz und besteht nur aus Natrium und Chlorid. Also das ist ein ganz schlechtes Salz. Wenn schon, wenn ich mir schon was gesundes mache, nehme ich immer entweder ein Steinsalz, ein Halidsalz oder ein Himalayasalz. So, jetzt werden da die 20 Gramm Salz in einen Liter Wasser eingekriegt. Schön einrühren. Und dann wird das ganze Sauerkraut übergossen mit dieser Salzlösung. So. Am Schluss wird das jetzt noch alles mit der Salatplatte schön von oben nach unten so ausgelegt. Und dann nehme ich noch ein Steinsalz drauf fürs Gewicht. Und dann wird das alles zusammen sauber verschlossen. Das Sauerkraut stehe mir jetzt in einem dunklen Raum und lasse das dann sechs, sieben Tage lang durch die Bakterien arbeiten. Nach sechs, sieben Tagen mag ich schon schön langsam zum Essen anfangen. Aber der ganze Prozess ist erst ungefähr nach fünf Wochen ausgeschlossen. Danach kommt das Sauerkraut in einen kühlen dunklen Raum. Und ich hole mir jeden Tag meine Portion raus. Bei Krebs ist Sauerkraut nicht nur eine Empfehlung, sondern ein Muss. Also, wenn ich Krebs habe, fängt mein Frühstück schon mit dem Sauerkrautsaft an. Und zum Mittag ist ich allweil ein Schisser Sauerkraut. Dann hole ich für meine Gesundheit und gegen den Krebs richtig was Gutes gereist. Also, ihr seht's, das ist eine Watschen einfache Sache. Das bringt euch jeder zusammen. Einfach sauber arbeiten. Beim Glaser schon, dass man das mit heißem Wasser ausschwappt. Schön einstopfen und pro Kilogramm Kraut nimmt man einfach zwei Prozent her. Und zwei Prozent sind 20 Gramm hochwertiges Salz. Das, was ich mir im Wasser verriere, über Giers und Sauerkraut ist schon so viel wie fertig. Okay, das war's Video für heute und Pfiat euch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020